Ja, und er hat dieses Interview bei mir schon richtig angeteast mit den Worten, jetzt kannst du dich gleich anhalten. Ich habe was zu sagen. Was ist es denn, Peter Parkholt? Selbstverständlich. Wie können Sie jetzt vorhin sagen, der Trainer Peter Parkholt freut sich nicht über den ersten Platz. Das ist ja Frechheit von Ihnen. Wie können Sie meinen Namen da jetzt daherstellen und können auf einmal sagen, ich freue mich nicht. Also so viel Blödheit, wie Sie da erzählen, ist schon einmal grenzenswert. Ist jetzt nicht besonders höflich, Peter Parkholt? Waren Sie jetzt höflich? Wie können Sie meinen, wie können Sie im Mecke Katz einfach fragen und Trainer Parkholt freut sich nicht über den ersten Platz. Ist das freundlich? Nein, ich habe das letzte Mal. Waren wir auch hier? Das letzte Mal. Was ist mit dem letzten Mal? Sie haben da was ein, was überhaupt nicht stimmt. Also ich entnehme dem, um das abzukürzen, dass Sie sich sehr wohl über den Herbstmeistertitel fangen. Ich traue mich nicht jetzt da. Ich traue mich nicht. Ich habe es ja gesagt, das hat ja jeder gehört. Das ist das Schubblatt, was Sie so aufführen. Okay, also es war jetzt sicherlich nicht so böse gemeint, wie es bei Ihnen hat. Ich habe es böse gesagt von Ihnen. Weil wie können Sie das, wie kommen Sie auf den Gedanken? Oder wie kommen Sie auf den Satz, dass Sie ohne irgendeinen Grund auf einmal meinen Namen verwenden und sagen, der Trainer freut sich nicht von dem Rapid, weil wir Erster sind. Vor zweit. Ich habe eine unnötige und dumme Stimmung von Ihnen gemacht. Okay, wenn Sie das so sehen, ich hatte vor... Ich sage es ja so, weil Sie haben es ja so blöd gesagt. Okay, ja, finde ich immer noch nicht sehr höflich, ein Auftritt, ganz ehrlich. Aber gut, nein, wirklich nicht. Also, Peter Jörg, du bist dran.